Nächste Haltestelle, Porz Markt. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Klingerstraße. Nächste Haltestelle, Bahnhof Porz. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr und zur S-Bahn. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Celsiusstraße. Nächste Haltestelle, Feuerwache. Nächste Haltestelle, Urbach, Kaiserstraße. Nächste Haltestelle, Eil, Kirche. Nächste Haltestelle, Eil, Holmarer Straße. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Stresemannstraße. Nächste Haltestelle, Steinstraße, S-Bahn. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle, Talweg. Nächste Haltestelle, auf dem Streitacker. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle, Augusthorchstraße. Nächste Haltestelle, Hansestraße, West. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Frankfurter Straße, S-Bahn. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Saarbrücker Straße. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Nächste Haltestelle, Buchheimer Weg. Nächste Haltestelle, Hüllenberg, Frankfurter Straße. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Mühlheimer Friedhof. Nächste Haltestelle, Beutener Straße. Nächste Haltestelle, Buchheim, Frankfurter Straße. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Bahnhof Mühlheim. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Elisabeth Breuer Straße. Nächste Haltestelle, Mühlheim, Wiener Platz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Kreukstraße. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Dünnwalder Straße. Nächste Haltestelle, Schützenhofstraße. Nächste Haltestelle, Fonsparstraße. Nächste Haltestelle, Mühlheim, Berliner Straße. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Bruder Klaus Siedlung. Nächste Haltestelle, Stammheim, S-Bahn. Nächste Haltestelle, Stammheimer Ring. Nächste Haltestelle, Friedhof, Stammheim. Nächste Haltestelle, Egonstraße. Nächste Haltestelle, Amfeldrhein. Nächste Haltestelle, Edelhoffstraße. Nächste Haltestelle, Leopold-Kmelin-Straße. Nächste Haltestelle, Arthur-Handt-Straße. Nächste Haltestelle, Flittert-Süd. Nächste Haltestelle, Flittert-Erfeld. Nächste Haltestelle, Schempag S-Bahn. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten, auszusteigen. Vielen Dank.